Ich habe eine Atemkraftwerk in meinem Zimmer. Ich möchte Briefmarken zu den USA. Kaufen? Gekaufen. Und Shampoo und Fingernagel-Klippern. Ich bin ein Schiezer im Simmel. Was? Ich habe eine Saison. Ich war in Austria, in Vienna, für vier Monate mit ein paar Amerikanern. Ich habe eine Kirche, 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 eine Kirche. Ich habe einen Rock, chairman, die Kirche bis zum Work Under� Ich habe eine Kirche, eine Kirche. Ich habe einen Ausla Мinde. Ich bin ein Auslaut geworden. Ich bin eine Kirche oder eine Kirche. Wer ist einer Kirche,? Vielen Dank.